das gefällt dir auch schrottplatz ja alle karten wo nicht so viele häuser sind ich habe fast die quest 100 kisten zu öffnen da gibt es auch noch eine quest im keller also also meine meine katze geht nicht an ich glaube 50 oder so ich weiß auch nicht ja nur wenn er dich anschaut und dann ist gleich wieder weg deswegen lohnt sich ja ich weiß wo er ist also dann habe ich heute wieder fiktig fikt mich da oben draufstehen oder ach kommt er zu mir hier wie kann man den denn dann bei den standen kann der war auf einmal so lahmarschig ach so weil ihr einen anderen gestorgen hat okay ja der kämpft wahrscheinlich er kämpft da man nicht hingeben schreiben du kackpratze der steht hinter dem er der steht direkt vor jetzt rennt er weg sehen was ein lappen und kill me ist auch so blöd ja der kämpft mich jetzt tot alter ich hasse solche lack ja müssen wir vielleicht zu zweit versuchen ich habe ihn genotiert gleich da steht wirklich face to face ja die ganze zeit ist es zum kotzen aber wenn wir wenn eine reinhaut kann der andere runter holen wo bist du da ja ich bin beim baum ziemlich nah ja hau ab danke danke so bitte bitte ich weiß jetzt keine palette ja er ist denn zu mir ja wo bist du warte 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 pascal warte bei der kiste 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 bei der kürzeren roten lichtstrahl das ist so behindert ich weiß nicht achte ständig auf den lichtstrahl wenn ich Dinge machen muss bei dem nehmen und der lichtstrahl war einfach nicht da bei der kiste er hat die alte gesehen aber er hätte doch nichts besseres zu tun oder oh komm mal hier hinten ist ein generator oder gehst du nico holen ja wir müssen es zu zweit machen das geht nicht wenn er kämpft ja alles klar stimmt ja hier die andere ist auch da die andere ist auch da kommt der kennt der schon wieder oder was ja komm jetzt zu uns ich muss die gleich heilen und dann versuchen was ja sie hilft auch mit ja ja in welcher richtung äh wester kf ich auf dem nehmen benutzt Alter dieses scheit kel kf ji 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 Oh, kaputt, direkt neben ihm einer war. Weißt du, ich benutze das Perk? Man wird unsterblich. Oh, ich sterbe trotzdem. Ich kriege jemanden in den Sinn, ja. Jemand in meiner Nähe, außer ich? Ja, ich. Warte, ich komm. Oh, jetzt setzt die andere auf. Ja, die liegt. Warte, warte, ich renne, ich probier's. Oh doch. Warte, ich muss mich erst hochheilen, sonst blege ich auch gleich. Was macht die denn? Oh, ich bin gegen Poppins. Verdammt. Nein. Das ist einfach nur lächerlich. Jetzt hätte ich Taschenlampe mitnehmen sollen. Das ist einfach nur lächerlich. Du bist jetzt tot, oder? Mhm. Scheiße. Das ist ja echt ne Bärne, ey. Warte, noch nen gelben New-Koffer. Und in irgendeiner in der Kiste liegt noch mein alter brauner Koffer mit zwei Erdans. Den hab ich, glaub ich, genommen. Wenn das ein Medikid war, dann hab ich den. Ja, ja. Der hat keinen einzelnen Körb. Ja, schau den mal an. Ich werd auch gleich sterben. Nein. So klug ist er. Hilfe! Ist er mit dem Don't kill me? Ja, da haben wir doch schon mal gespielt. Das kommt mir so bekannt vor. Ja. Er hat irgendjemand falsch geduftet. Was? Ne, hä? Warum löst du mir hier der Koffer gehelb? Geht das nicht. Kommt der? Ja. Geht so ein bisschen Bäumchen schauen. Versuch mal von hinten zu kommen. Ja, komm mal von hinten. Ach. Du brauchst unbedingt das eine Perk, das du schneller krabbeln kannst. Du und immer geduckt läufst. Ne, ich bin ja da, aber der soll sich mal abmachen. Komm, renn weg. Achtung, jetzt kommt die, äh, Lauri. Jetzt kannst du vielleicht dann... Ja. Ja? Ne, kommt sie nicht, sie rund weg. Oder? Ja. Macht sie da? Die kommt. Die kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Die geht an den Generator! Haha, wie geil! Ah! In... Lauf! Ah! Dankeschön! Bist du tot, wenn du hängst? Nein. Normalerweise nicht. Doch. Pff, wer ist da der alten Herr? Ja. Wo bin ich zu euch? Guck! Ja, selbstlos, ne? Ach. Ja, scheiße! Ja, klar. Ja, klar. Nichts, ähm. Love. Oaaah! Mannheim! Wauk! Ne Scheiße Mach, 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 mach! Rittel hat sie Wo ist sie dran? Das ist ein Kran, Bagger Kleines Haus, also das kleine Haus Ne, ich glaube auf der anderen Seite, genau, gegenüber Ja, wenn wir jetzt leicht rechts am Haus entlang und da geradeaus Wer ist da? Wissen der Bei ihr nicht Doch, jetzt Er ist genau bei ihr Scheiße Aber er jagt sie nicht Da ist so ein Schränkel Was sind das für ein Herz da rechts oben bei dir? Keine Ahnung Achso, Erschöpfung Wenn sie den Sprintwurst benutzt hat Ah, wegen dem Er ist noch immer bei ihr Der klemmt am Generator Ja, und sie? Ja, sie chillt hintern über Regale Weil der genau neben mir ist Jetzt, ich weiß nicht, aber der ist nochmal da Er hat sie gesehen Ja, das ist jetzt gut gemacht Sie läuft weg Zum kleinen Haus Ja, die sind da wegbleiben Ja, die sind da wegbleiben Jetzt läuft sie nicht mehr drin Na? Was? Ja, aber Trottel Hast noch Zeit Ist beschäftigt Ja, Adrenalin hat er nicht viel gekocht Ist gut Ist gut Du hast noch Zeit Sie ist im kleinen Haus Und ist draußen Oh, Pech Ja, da hätte sie sich aber sehen können Ah, knapp für Kack Hey, es ist... Ach ne, ist schon gut Na, die schaff ich da ja nie alleine runter zu holen Na, die schaff ich da ja nie alleine runter zu holen Nee, hau ab Ja, ja, der kämpft die jetzt ab Oh Nee, laufen war was Jetzt schaff ich mich die Kette ziehe nochmal bis ich da Ja, aber die hat so geholfen Irgendwie, ich find das dann Ja, was wirst du machen Er guckt in eine Richtung Guck Ja, lauf einfach raus Ja, jetzt bist du fast Ah, ist egal Ich hab genug Punkte Aber ohne dich Ja Ja Jetzt bin ich gespannt, was sie schreibt Jetzt bin ich gespannt, was sie schreibt